So, das neue Update ist da und damit auch das neue Fahrzeug. Aber es haben sich auch noch mega viele andere Sachen geändert, zum Beispiel Verbrauchsgegenstände, beziehungsweise Heilungen und Schilde wurden jetzt komplett neu animiert. Dann habe ich noch ein paar Skins in einer neuen Variante bekommen, zum Beispiel jetzt die Elite-Agentin ohne Helm. Dann, äh, wo ist sie hier? Die hier mit Mütze. Dann hier noch die Rennfahrerin ohne Helm. Muss ich mir auch noch irgendwie freischalten. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil, was sie da gemacht haben. Dann hier der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code eintragen würdet. Ari an der FN. Ist ganz einfach, geht mega schnell. Ja, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen und da würde ich sagen, das Gewinnspiel vom vorletzten Video. Die drei Gewinner vom Gewinnspiel erwähne ich dann am Ende vom Video. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele es einfach ganz geschillt solo und werde mir mal das neue Fahrzeug suchen. Und ja, los geht's. So, ich habe mich jetzt doch noch umentschieden, Duos zu spielen. Und zwar mit dem Midget. Jetzt hast du dir vor, können wahrscheinlich die meisten von euch, du hast gesagt, da sind die Fahrzeuge, oder? Ja, genau da, also... Lass erst mal, lass erst mal beim Vulkan landen, weil da sind vielleicht auch Gegner noch... ...können wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Kill holen. Okay, genau. Ja, vor mir fliegt dieser eine Lama-Skin. Lama, jo. Hab ihn geortet. Fuck. Waffen? Der hat ne Waffe. Ich hab auch ne Waffe. Ich lade bei dir. Hä? Copy gleich. Ja, der ist down. Der Alarma! Wo die... Jawoll. Hä? Wie der grad in der Luft geflogen ist. Hier ist so ein Ei, Digga. Oh mein Gott! Guck mal hier rein! Loi. Da ist ein Drache drin. Da ist ein Drache drin! Ja, war das schon immer da? Keine Ahnung. Ja, das war zu den Fahrzeugen. Oh, hier sind die. Ich hab die gefunden. Was? Ich warte noch. Ich warte noch. Ja, ich warte auf dich. Ich sehe grad das... Ich hab Schild. Ja? Zeig mal, wie die Animation aussieht. Weil ich hab schon 200 Leben. Ich kann nichts nehmen. Lol, jetzt guck mal. Jetzt gibt's ne Animation. Hast du gesehen? Ja. Hast du ein Medikid? Hattest du doch. Ah. Lol. Benut... Was? Was? Der macht da so Snicker drauf und so. Nein, wie geil! Trink beide. Der verschüttet die Hälfte. Lass jetzt... Lass jetzt bisschen looten. Lass jetzt looten. Warte mal! Ey, guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Durch die Wand meine ich. Warte, siehst du mich hier? Hallo? Ja. Alter, das ist geil. Siehst du meine Sticker durch die Wand? Guck mal. Nein. Ey, warte mal. Hier ist irgendwas, das mir gerade aufgefallen. Komm mal her, schnell. Guck dir das an. Und zwar, hier steht einlösen an diesem Automat, aber da gibt's keine Sachen. Ich glaub, das ist nur sonst. Was? Was? Als ob. Hä? Mann, hätte ich das... Ey, wie geil ist das? Warte, graue AK? Hä? Warte mal, mir ist das auch gerade aufgefallen. Ich hab ne grüne. Was? Warte, das... Ich glaub, dann gibt's hier gar nicht mehr ein Gold und Lila. Nein. Egal, komm, lass jetzt mal das Teil benutzen. Bist du bereit? Komm, komm, geh rein. Benutzt als erstes. Nein, ich hab gedacht, was? Ich hab mal kein boosten mit X. Ich seh's. Schieß ein R2. Ah, du musst gedrückt halten. Du musst R2 gedrückt halten. Ich kann damit überall hoch. Lass mal's zu diesem Wasser... Dings. Zu diesem Windsturm. Pass hier drauf, hier drauf. Die Geysire, okay. Oh, ich kann mich ja nicht dran kleben. Was? Ey, Zone kommt, ne? Das ist noch eins, das ist noch eins. Wie geil. Ey, das ist ja wie ein Spider-Man. Ja, man, man kann so von Baum zu Baum so. Ja. Ja. Ey, lass doch mal die nächste Runde oder so. Hier zu dem Berg. Oder vielleicht schaffen wir jetzt auch diese Runde. Und dann da runterfahren. Das ist besonders geil. Da fährt man safe so schnell. Ey, hier kann man auch was kaufen im Automaten. Oh. Was gibt's hier? Ist das umsonst? Ja. Es gibt jetzt, glaub ich, gar nicht mehr die Kaufautomaten. Sondern nur noch diese kostenlosen. Der RPG hat frisch Schere voll. Machen die umsonst alle. Hm. Das ist ein Gegner neben uns, ne? Einer 990er-Hit. Oh, ich bin ein bisschen runtergegangen. Werde nach bisschen Schaden bekommen. Oh, Achtung! Ich will das Ding zum Abstürzen bringen. Jawohl. Ich mach das. Ich hab einen. Ich komm nicht hoch, leider. Ich hab nichts zum Bauen. Ich schieß noch andere auf mich. Schaff doch mal hier, hier unten, hier unten. Nein. Ey, hier sind... Ich hab keine Mets mehr. Komm, komm her, komm her, komm her. Krabbel schnell her. Renne um mein... Oh, jetzt machst du es nicht um mich noch. Wer ist schlimmer? Geh weg, geh weg. Nice. Oh, da hast du ihn. Ja, ja. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was? Du hast ihn? Bewege dich nicht, bewege dich nicht. Ey, wenn wir das schaffen. Ey, das schaffen wir nie weiter. Ich schaff das sicher nicht. Nimm direkt Medikid. Benutze direkt das Medikid. Jump it oder so? Ähm. Hier ist die Kugel. Hier sind zwei Kugeln. Lass es mal. Ich versuch's. Ich geh ohne mich weiter. Ja, nimm die Kugel. Da ist daneben noch einer. Hast du es gesehen? Ja. Ich sehe. Ich habe keine Ahnung, ob ich schaffe. Nein. Come on. Ich schaff's nicht. Doch, das schaffst du. Oh. Ich fände die ganze Zeit X. Doch, ich schaff's. Ich schaff's. Ja. Ich habe es geschafft. Hast du noch den Chuck Chuck? Ich habe auch noch Millie. Okay, nimm dir die Bandagen. Wie das aussieht. Ey, guck dir das an, wie das aussieht. Ey, hier ist ein Gegner. Ich habe einen. Der andere ist bei mir. 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 Der schützt um sein Leben. Äh, sehr viel Schaden gemacht, Digga. Der ist One-Shot. Hab ihn. Jawoll, Digga. Und der Luke ist hier. Ich spiele jetzt auf jeden Fall lieber die Scar statt die AK. Weil es die jetzt nur noch in Grau, Grün und Blau gibt. Kommst du? Ich glaube, die haben jetzt komplett High Ground. Lass mal von der Seite irgendwie auf den Berg hochkommen. Komm, lass das einfach hoch. Warte, ich baue so, dass du auch laufen kannst. Ja, die sind direkt hier, ne? Die sind bei mir. Pass auf, Digga. Hab beide. Nice. Perfekt. Oh. Pass auf. Das ist meine. Das ist meine. Komm, trink das mal. Trink mal den Biggi. Lass den, der nicht den Busch hat holen. Warte. Ich hole ihn. Und mit dem anderen. Lass mit dem Busch anfreunden. Hab einen. Okay, nur finishen und mit dem anderen anfreunden. Guck mal, der andere läuft auf 30. Guck, 30 oben. Er tötet ihn nicht, okay? Ey, der Typ macht gar nichts. Das Juckt hier gar nicht, seit die Welt gestorben ist. Der wird, aber wenn er nichts rafft, wird der uns auch umbringen. Glaube ich. Hä, was macht der denn? Ich hab ihn angeschossen, der läuft weiter. Oh, wo ist der? Warte, hast du ne Sniper oder so zum No-Skopen? Ich hab nur einen Raketenwerfer. Fuck. Ne? Ja. Ist geworden. Ehrlich gesagt. So, wo? Ich seh ihn. Guck auf O unten. Guck auf O unten. Guck hier. Genau bei mir. Nein, warum schießt der mich an? Der wird dich umbringen. Mach keinen Fehler, der ist krank. Ich versuch mich mit ihm irgendwie anzufreiten. Ey, ich komm hier nicht runter, Digga. Okay, ich bin wirklich dumm. Nein, oder? Nee, hä, er bringt mich nicht um. Er bringt mich gar nicht um. Komm. Er tanzt, er tanzt, er tanzt. Soll ich ihm den Sieg schenken? Guck der mich ab? Ob er gerade auf mich schießt? Keine Ahnung. Wenn er uns umbringt. Er will nicht, dass ich dich wiederbelebe. Ey, der fütte den Farsch. Fütte ihn. Ich hab ihn jetzt einfach geholt. Ey, ich hab zehn Zuschauer. Alter, das war eine geile Runde. Okay, lass jetzt einfach schnell eine Waffe holen. Eine Waffe holen, dann das Teil und direkt dahin. Okay, perfekt. Ist auch in der Zone. Also wir haben sogar ein bisschen Zeit. Wir sind Gegner. Aber ich ignoriere dich, ich gehe einfach weiter. Du kommst ja richtig schnell hoch damit. Ja. Okay, bin oben. Alles, ich bin hier, siehst du mich? Ja. Alles, mal gucken, wie weit ich damit hole. Ich baue erstmal hier alles ab. Hä, wo ist meine Kugel? Was, wo? Wie? Meine Kugel ist weg. Deine Kugel ist weg. Meine Kugel ist einfach weg. Hä, wo ist die? Gerold. Egal, benutze einfach meine. Okay, komm. Los. Los. Oh mein Gott. Junge, wie schnell man da ist. Okay, komm mit. Man braucht ein bisschen mehr Anlauf, damit man weiter vorfliegt. Ja. Perfekt. Jawoll. Oh mein Gott. Ey, guck mal, wo ich bin. Oha, wie weit ich mich so hochgeflogen. So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr ja könnt, ihr gerne einen Daumen noch um da lassen. Ich mag es nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Create der Code ARINE, wenn ich nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.